Skulptur der goldenen Sonne. Ach, das auch noch. Jawoll. Wer haben wir denn da? Ach, nur die Viecher. Und zwei gleich auch wieder von denen. Da kommt Freude auf. Ich liebe, dass wir die meinem Stinger die ganze Zeit ausweichen. Hier ist der Viecher. Vielleicht sollte ich mal auf Zerbos wechseln. Na, dann erreiche ich die aber gar nicht. Auch weg, weg, weg. Jau. Die hat mit glücklicher Energie gefüllt, oder was? Das kommt doch aus, das ist doch so lame. Wow. Und wieder abhauen. Ne, das hat er mal gerne. Ja. Warum holt er die ganze Zeit ab? Das ist so nervig. Jawoll, einer hat Platz. Nur noch der hier. Na, komm. Viel kannst du auch nicht mehr wegstecken. Jawoll. Frag mich, wofür wir den Mondsplitter brauchen. Hm. Werden wir noch ausfinden. Jetzt kommen wir jetzt mal hier wieder hin. Auch rausweichen auch noch. Nee, das machst du nicht. Ich liebe die Viecher, die wehren dich gar nicht. Ja, toll. Netze Kombos, ja. Und durch die dicke Tür. Oh mein Gott, die Viecher. Die hättet ihr auch gut verzichten können. Immer nur weg mit denen. Oh Gott, den hab ich gar nie gesehen. Vorsicht. Den Dingern ist nicht zu scherzen. Genau. Ey, da hinten liegt was. Teufelsstern. Nepp, du kriegst mich nicht. Was ist so ein Viech? Oh mein Gott, ich konnte nicht schnell genug wegkippen. Komm. Jawoll. Meine Güte. Steckt aber auch viel weg. Boah, da kam aus nichts. Jawoll. Nur ein bisschen Energie verloren. Den Teufelsstern haben wir uns locker geholt. Aber man ist ja eigentlich auch gar nicht. Woho. Ist ja lame. Dann gehen wir mal durch die andere Tür. Oh ja, euch nehm ich wieder mit. Na komm. Immer schön verricken. Ey, die Sterne will ich aber noch haben. Sterne. Sterne, äh. Ops. Kommt durch die Tür. Hat sich ja gelohnt. Hey, da können wir einkaufen gehen. Oh, jetzt direkt die blaue Kugel. Ops. Oh. Drück ich natürlich B. Blaue Kugel. Voll. Hm, noch mehr Viecher. Hier können wir schon mal nicht hin. Jaau. Also das Viech will ich nicht angreifen. Muss als erstes drauf gehen. Vier von den Viechern. Das kann brutal werden. Wir werden relativ viel weg. Ja, voll. Oh, shit. Kann ich auch flachen. Ja, voll. Tür dicht. Diese Blutviecher, ne? Alter. Na gut, wenn du schon mal bei mir bist. Direkt pläten. Ach, da oben. Jawohl. Zack. Jawohl. Gucken, ob hier was ist. Hier ist der nervige Typ. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich hab dich schon immer Blutviecher genannt. Ja, voll. Hier darf man keine Zeit lassen. Die dürfen sich nicht reproduzieren. Da hat man ein großes Problem. Okay. Raum der ewigen Sonne. Irgendwas für den Engen. Energie. Gucken. Nope. Dann rufen wir mal einen Aufzug. Ja, voll. Okay, das ist nicht der Aufzug, den ich erwartet hab. Ne, ich könnte mich doch auf dieses Ding stellen. Fällt mir grad so auf. Aber ich muss nach oben. Also, könnte es mal wieder nach... falle ich da runter, während das Ding sich hochzieht. Okay, dann müssen wir das Ding an. Und ich glaube, gut kloppen. Wir haben's gleich. Bleib doch hier. Meine Güte. Das kann doch nie wahr sein. Jetzt bleib doch hier. Und da öffnet sich die Tür. So, so. Wir haben mal wieder was lustiges gefunden. Ja. Goldene Sonne. Okay, dann haben wir schon mal beides. Na, wen haben wir denn jetzt hier? Äh, die kenn ich aber noch nicht. Die sind neu. Wow. Okay. Ich weiß nicht schon, was ich gegen die machen muss. Das ging schnell. Okay. Jetzt hab ich ein Problem. Na, okay. Ein Viechblatt. Ja, klar. Oh, nicht grad wenig Schaden. Ich hab's noch ein bisschen immer angezeigt, wo die Viecher hinschießen. Ich hab's noch gar nicht geschossen. Aber jetzt hab ich ein Problem. Ich seh nix. Ja, ich wollte jetzt springen, ging aber irgendwie nicht. Ey, die Viecher können aber auch nicht mal verrecken. Dankeschön. Okay, okay, okay. Shit. So was von mir bin. Woll. Weil jetzt der Drift hätte wieder nicht sein müssen. Was ist das? Wee. Ich mag das Geräusch, was er macht, wenn er die Wand hochläuft. Klasse. Oh, Geim auf Track 10. Lösen sie das Kristallrätsel. Ist ja lustig. Hm, dann schauen wir mal. Hab nicht so wirklich grad den Durchblick, aber wir klopfen, glaub ich, da hinten erst mal die Wand kaputt. Gucken, was hier ist. Gar nix. So ist das Tor. Hey, da oben ist aber was. Hm, haben wir schon letztes Mal gesehen. Keine Ahnung, was man da machen muss. Okay, dann lösen wir mal das Rätsel. Stellen wir uns mal hier hin. Ähm. Hm. Kurz überlegen. Das müsste... Ah, das war der falsche. Puhuhuhu. Schon fast aus. Machen wir direkt nochmal. Die Multioni anschlagen. Dann lösen wir das mal. Hm, ich denke wir müssen den hier kaputt schlagen. Und den. Damit wir genau, damit wir das haben. Und dann... Oh Mann. Das ist jetzt scheiße. Das muss jetzt... Von dem... Ähm... Shit. Ich... Hm, bin mir grad nicht sicher. Ich mein der hier. Ich probier's mal. Jawohl. Hoho. Fuck mit der blauen Kugel. Sehr schön. Haben wir wieder zwei. Können wir hier durch? So, ob wir hier durch können. Hm, nope. Dann mal wieder hier raus. Raum der Lebensstatue. Hm, der ist jetzt jetzt so schnell hinkriegt, hätte ich nie gedacht. Nur die Strahlen so ein bisschen verfolgt, dann ging das schon. Dann sind wir wieder hier, hier. Ich hab aber null Bock mit den Bichern zu klopfen. Okay, kommen wir wieder in den Aufzug. Ach, dann geht's nach unten. Okay. Hm. Aber wir haben oben nichts mehr zu machen. Ist ja komisch. Jetzt wüsste ich aber auch nicht, wo man hin müsste. Und wieder hoch. Ja, runter wollte ich nicht. Boah. Ich hab nach unten gedrückt und dann geht nach oben. Was soll das? Dante, Dante, Dante. Schon wieder. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich drück nach unten, der geht nach oben. Ja, der müsste sich echt mal finden. Das ist ja richtig blöd. So, soll ich jetzt... Ich drück jetzt nach oben. Wow. Schon Probleme aus dem Aufzug zu kommen. Dankeschön. Wow. Was immer das war. Hier müssen wir die Dinger einsetzen. Das war ja merkwürdig. Ich drück nach unten, da läuft der nach oben. Wow. Aber ich hoffe, da war kein Bug. Oh nein, ich hab mich nicht vertan. Oh ja. Genau. Die sind aber aggressiv drauf. Nein, ihr nervt gar nicht. Oh, die Viecher sind auch wieder da. Oh, Energie. Ich glückliche. Ne, nicht du. So. Hab dich gleich. Jawohl. Boah, war knapp. Er trifft mich nicht. Jao. Wofür dazu? Sto, ein bisschen schnell. Viech, du. Ich könnte hier drüber springen. Willst du aber erst nicht versuchen. Mal gucken, was hier oben ist.